In diesem Video öffne ich 333 kostenlose, legendäre Star-Drops. Okay, was ist das? Oh mein Gott! Nein! Das sind die besten Star-Drops, die man jemals geöffnet hat. Nein! Nein! Ich kann das nicht mehr! Das kann nicht sein! Was geht ab, Leute? Da sind wir auch schon am Start. Auf dem ersten Account. Und ja, Leute, tatsächlich haben wir diese Challenge geschafft. Wir haben genug Daumen nach oben dagelassen. Und bekommen jetzt auf jedem und wirklich auf jedem Account 5 kostenlose, legendäre Star-Drops. Und zwar nicht nur auf den Accounts, die ihr irgendwie auf 400 Pokalen habt oder so. Das heißt für mich in dem Fall erstmal Hyper-Charge für Nita. Ich kann auf jedem einzelnen meiner Accounts diese 5 legendären Star-Drops abholen. Und das ist der erste Skin für Frank. Höhlenmensch Frank. Absolut geisteskranke Sache, Leute. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare. Oh, nice. Hyper-Charge ist immer gut. Was ihr, äh, so, was das krasseste war, was ihr bekommen habt aus diesen legendären Star-Drops. Ich hoffe natürlich auf ein paar Skins, äh, vielleicht... Äh, Skins, glaube ich. Auf ein paar legendäre Brawler. Vielleicht haben wir sogar Glück und ziehen einen auf irgendeinem Account. Äh, ja. Absolut geisteskrank nächster Account. Das ist halt auch einfach wirklich ein schöner Anblick hier im Shop, diese ganzen legendären Star-Drops zu haben. 1.000 Münzen, Bro. Das brauchen wir halt überhaupt nicht. Okay, Skin for Cold. Äh, nehmen wir auf jeden Fall mit. Ähm, ja. Absolut geisteskrankes Event. Also ich komme immer noch nicht drauf klar. Holy Shit. Wie heftig. Und gleichzeitig wird hier irgendwie announced, dass die Mega-Boxen zurückkommen oder was? Grey ist am Start. Let's go. Absolut heftig. Was geht hier eigentlich gerade in Brawl Stars ab? Ich, ich feiere es einfach nur absolut. Leute, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Auf diesem Video. Let's go. Nice. Will ich 1.000 Daumen nach oben sehen. Ich bin übrigens noch ein bisschen erkältet. Und, ähm, ich hoffe, das genießt sich in den nächsten Tagen. Und dann gibt es auch wieder heftige Streams und Videos und alles. Aber, äh, ja, habt da ein bisschen Nachsicht. Äh, ich muss jetzt erstmal gesund werden. Aber ich dachte, das muss ich jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. Und der nächste Account. Die nächsten legendären Star-Drops. Let's go. Wir gehen direkt rein. Alter, das leckt aber auch schon ganz. Krass. Let's go, nächster Brawler. Pearl. Okay, wir haben schon eine Mütchen. Und einen. Oh no. Hä? Jetzt habe ich zwei irgendwie gleichzeitig geöffnet. Und einen epischen Brawler. Ist auf jeden Fall ganz geil. Skins natürlich sowieso. Klar, äh, nimmt man gerne mit. Wann kommt der erste legendäre Brawler, ist die Frage. Frank. Let's go. No way. DJ Frank. Okay, ich dachte normaler Frank. Hat man aber nicht so wirklich gesehen. Digga, ich habe auf dem Account auch einfach noch 600 Juwelen. Was geht denn hier eigentlich gerade ab? Da könnte man ja auch eigentlich mal rein jammen. Hyper-Charge für Gene. Nehmen wir natürlich mit. Let's go. Next one. Und eine Star-Power für Daryl. Let's go. So, der nächste Account. Und die nächsten fünf legendären Star-Drops. Ey, es ist halt immer noch ein Traum. Warum leckt das so? Hä? Lol. Hä? Es sind alle weg? Wo sind die? Ich habe gerade fünfmal getippt. Sind die jetzt einfach alle weg? Bro, jetzt erfahre ich ja nicht mal, ob ich... Digga, never ever. Okay, ich musste jetzt tatsächlich mein iPad neu starten. Oh mein Gott. Let's go. Nice one. Und jetzt gehen die Drops wohl auf. Ja, jetzt hat es geklappt. Also keine Ahnung. Oh mein Gott. Chuck, müthisch. Let's go. Boah, das wäre auch belastend. Hätten wir das irgendwie geskippt aus Versehen. Aber ne, jetzt gehen die alle nach der Reihe auf. Und das war's. Oh mein Gott. Ich dachte... Ja gut. Sandy hatten wir wohl schon. Das war dann nur ein Skin. Aber wie krass. Let's go. Wir haben hier auch noch tausend Gems auf dem Account. Junge, Junge, Junge. Da könnte ich aber auch mal gut rein jammen, ne? Was können... Ja, okay. Oh mein Gott. Bro, ganzer Shop voll hier. Und die nächsten Startups. Ich hab jetzt einfach schon aufgehört mitzuzählen. Weil es einfach so unfassbar viele sind, Bro. Das ist krank. Chuck. Let's go. Krank. Chuck. Was für Chuck. Duck. Holy moly. Das ist ja absolut heftig. Leute, guckt euch das einfach mal an. Kranke Scheiße. Zwei noch. Let's go. Und... Tausend München ist schlecht. Tausend München ganz schlecht. Oh, Angelo. Let's go. Nice. Und der nächste Account, Leute. Übrigens, wenn das Update rauskommt. Und wir die Megaboxen zurückkommen. Was auch immer. Es wird ja geisteskrank. Denkt dran. Wenn ihr euch irgendwas kauft. Und ihr könnt mich gerne kostenlos unterstützen. Einfach Creator Code Pukki im Shop eingeben. Geht auch im Supercell Online Store. Let's go. Okay. Ja, und dann unterstütze ich mich damit kostenlos. Kuss an alle, die es machen. Es sind irgendwie über 4000 Leute, die es aktiv machen. Wirklich ganz, ganz dicker Kuss. Geht raus. Ehre, Ehre, Ehre. Letzter Drop jetzt hier auf dem Account. Ja, ich frage mich, ob wir heute tatsächlich einen legendären Brawler ziehen können. Das wäre echt heftig. Und let's go. Der nächste legendäre Star Drop. Nächster Account. Alter, das ist einfach nur so sexy. Hier, guckt euch das an. Let's go. Nice. Abfahrt. Nächster Star Drop. 1000 Münzen. Bro. 1000 Münzen? Ne. 1000. Bro. Was soll das? Ja. Biene. Ne, Skin für Biene. Okay. Let's go. Die nächsten legendären Star Drops. Es ist doch einfach nur ein Traum. Oh mein Gott. Larry und Lori. Nice. Sehr geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Jetzt ein legendärer. Oh. Boxer Skin. Nice. Nehmen wir auch mit. El Carroissant. Dann die nächsten drei. Und da haben wir jetzt 1000 Münzen. Und da haben wir jetzt. Komm. 1000 Münzen. Und da haben wir jetzt. Äh. Nicht kaufen. Let's go. Nice skin from Ali. Und let's go. Wir nehmen die nächsten. Zack. Wir nehmen die nächsten. Bitte, bitte. Bruder. Das brauche ich nicht. Das hier brauche ich. Ja. Nice. Nice. Oh. Hypercharge für den Boxer. Sehr, sehr geil. Auf geht's in den nächsten legendären. Noch ein Hypercharge für Bull. Auch absolut geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Next one. Und. Fußball Skin Daryl. Jetzt passend zur EM. Perfekt. Und jetzt nochmal Münzen. Ne. Hypercharge. Okay. Und die nächsten 5 legendären Star Drops. Wir bekommen einen Skin for B. Let's go. Nice. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Schadet auf jeden Fall nicht. Zack. Nächster. Star Drop. Zack. Nice. Brock Hypercharge. Sehr, 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 sehr geil. Jetzt ein legendärer Brawler. Das wäre mal geil. 1000 Münzen. Ja, das ist es nicht. Zack. Jetzt. Komm. Bruder. Wir ziehen schon wieder Fußball Daryl. Hä? Das ist weird. Sehr, sehr sus auf jeden Fall. Und 1000 Münzen. Und. Let's go. Next one. Legendär Hypercharge für Boxer. Zack. Jetzt legendärer Brawler. Hab ich gehört. Komm. Nein. Münzen. 1000 Münzen sind halt wirklich das Reudigste. Bruder. Das Reudigste. Bruder. Das aller Reudigste. Was man hier. Bruder. Willkommen kann. Und. Let's go. Oh. Wer wohnt hinter Ananaska? Oh mein Gott. Geiler Skin. Let's go. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Nächster. Oh. Zwei. Ja. Da habe ich wieder ein Glitch ausgelöst. Und wir bekommen Brock. Beach Party Brock. Und. Nice. Nani Skin. Krass. Aber sehr, sehr geil. Also. Das waren jetzt drei Star Drops. Wir haben drei Skins gezogen. Wenn wir jetzt noch einen ziehen. Nein. Vier legendäre Star Drops. Vier Skins. Wenn wir jetzt noch einen fünften ziehen. Das wäre absolut unmöglich. Das kann nicht wahr sein. Nein. Das kann nicht wahr sein. Fünf legendäre Star Drops. Fünf Skins. CC. Pukki. Daumen nach oben. Abo. Und. Die nächsten legendären Star Drops. Abfahrt. Das kann nicht wahr sein. Okay. Wenn wir jetzt schon wieder so einen Lack haben. Das wäre so geisteskrank. Das war der erste Skin. Sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Brawler. 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 Nein. Brawler. Ja. Griff. Let's go. Nice. Okay. Ippischer Brawler. Wir haben echt schon einige Brawler gezogen. Muss man sagen. Noch ein Skin. Geisteskrank. Die lacken gerade wirklich rein bei diesen Star Drops. Das muss man schon mal zugeben. Oh mein Gott. Maisie. Bruder. Ippisch. Nice. Last one hier auf dem Account. Und dann irgendwie noch 200 mehr to go. Aber. Ja. Geisteskrank. Und. Let's go. Legendär. Hyper charge. Super geil. Hyper charge. Brock. Yeah. Juha. Aha. Oh Gott. Ich habe schon wieder irgendwie hier einen Glitch ausgelöst oder so. Pam. Ne. Skin für Pam. Ja. Und. Drei weitere. Zack. 1000 Gold. Ja. Besser geht es ja gar nicht. Zack. 1000 Gold. Ja. Besser geht es ja gar nicht. Und lass mich raten. 1000 Gold. Ne. Frank. Nice. DJ Frank. Und. Die nächsten legendären Startups kommen. PSG. Shelley. Bruder. Das ist ja mal wieder bodenlos. Come on. Jetzt ein legendärer Brawler. Bitte. Edgar. Lol. Nice. Nehmen wir mit. Sehr, sehr geil. Digga. Das ist schon heftig. Fühlt sich an, als würde ich hier irgendwie auf dem Developer Build oder so spielen, wo ich sonst theoretisch Startups aufmachen kann. Aber nein. Das sind tatsächlich echte Accounts. Also ich zeige es euch jetzt auch nochmal. Ich bin jetzt hier irgendwie auf dem Puki 3 Account oder so. Digga. Ist das geisteskrank. Pearl auch noch am Start. Ja. Das sind halt wirklich, wirklich echte Accounts. Das ist heftig. Ich meine. Ihr seht es ja selbst im Shop. Jeder hat es halt einfach kostenlos bekommen. Absolut geisteskrank. Und. Let's go. Der nächste Startup. Den Skin haben wir tatsächlich häufig bekommen. Den Einhornritter Bali. Okay. Let's go. Aber einen legendären Brawler. Den habe ich heute hier noch nicht gesehen. Zumindest nicht gezogen. Sehen auf jeden Fall. Da besteht noch ein bisschen Aufholbedarf. Ja. Leon im Shop. Den hätte ich aber gerne hier einfach gezogen. Nice. Biene. Sehr cool. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und legendärer Startup. Der fünfte. Oder insgesamt wahrscheinlich der siebzigste. Auch in Bali. Let's go. Tausend Münzen. Bro. Bitte. Gön. Let's go. Tausend Münzen, Bro. Bitte. Gön. Let's go. Ah. Er kann ja wirklich gönnen. Let's go. Da ist ein Boxer Skin. Sehr nice. Zwei haben wir hier noch. Okay. Was ist das? Oh mein Gott. Nein. Oh. Mein. Gott. Cordelius. Aus. Einem. Legendärmster. Abfahrt. Absolut geisteskrank. Oh mein Gott. Wie krank ist das? Hä? Hä? Ich war mir gerade nicht sicher, welcher Brawler das ist. Bro. Wie krank. Einfach der erste Legendäre auch auf diesem Account. Wie krank ist das? Ich weiß nicht. Das war jetzt irgendwie der hundertste Startup oder so. Aber wir haben einfach einen legendären Brawler gezogen. Cordelius. Wie krank ist das, Leute? Daumen nach oben. Unbedingt. Nicht vergessen. Nächster Account. Und wir gehen rein in den nächsten legendären Startup. Okay. Nächster Account. Wenn wir jetzt gleich nochmal einen legendären Brawler ziehen, dann ist wirklich Ende im Gelände. Digga. Das war gerade so heftig. Ich habe es wirklich nicht erkannt. Ich habe halt Cordelius echt noch nie gezogen, ne? Oder so. Also gefühlt noch nie. Let's go. Höhlenman-Sprank. Abfahrt. Next one. Oh nein. Maisie. Geil. Und zum guter Letzt. Tausend Gold. So. Ich habe eh schon nicht mehr mitgezählt. Aber was ist das? Der 125. Legendäre oder so? Ja. Das ist wirklich geisteskrank. Ich gehe hier wirklich die ganze Liste durch. Und in jedem Shop, bei jedem einzelnen Account, egal wie hoch, haben wir einfach diese Startups. Das heißt auch, wenn man sich jetzt gerade einen neuen Account erstellt hat und gesagt hat, okay, ich will jetzt einfach neu beginnen. Direkt absolut geisteskranker Start mit fünf legendären Startups. Besser geht es ja gar nicht. Außer man zieht halt so nur Skins, wie ich gerade. Lol. Wobei, ich will mich nicht beschweren. Gerade legendären gehabt. Oh, das war spannend, weil da war gerade irgendwie... Warte mal, was war das? Season 23 oder so, ne? War ich schon lange nicht mehr drauf. Holy shit. Und noch ein Gratis-Datum auf dem Account. Alles klar. Das ist, äh, op. Ja, gut. Dann gehen wir rein und holen uns die fünf legendären. Nummer eins. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. RT ist am Start. Bruder, was geht denn eigentlich ab? Das ist heftig. Das ist sehr, sehr heftig. Junge, also mythisch haben wir echt schon einige gezogen. Legendären auch schon einige. No way. Zwei mythische Brawler hintereinander. Hä? Das kann nicht wahr sein. Bruder, wie lucky sind denn diese Startups hier gerade? Oh mein Gott. Okay. Das hätte mich jetzt gewundert, hätte ich noch was Krasses gezogen, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ein Abo. Und denkt an CZ Puki. Wie viel Lack kann man bitte haben? Zwei mythische hintereinander. So, weiter geht's. Startup Nummer. Keine Ahnung. 150. Ich, äh, ja. Wie gesagt, ich zähle halt auch einfach nicht mehr. Aber es sind halt absolut geisteskrank viele. Das war schon mal ein BB-Skin. Sehr nice. 1000 Münzen. Und. Komm, 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 komm. Oh, 1000 Münzen. Geil. Und. Der Königboxer. Nice. Sehr, sehr geil. Und dann noch der letzte Startup. Hier. Let's go. Hypercharge. Nehmen wir mit. So, Leute. Let's go. Nächste. Das ist doch krass. Nächster Baby-Skin. Böse Baby wieder am Start. Let's go. Sehr, sehr nice. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. 1000 Münzen. Come on. Zack. Uh. Der Cookie Master. Pearl. Let's go. Oder die Cookie Masterin. Let's go. Nochmal 1000 Münzen. Und. Legendär. Shelly. PSG wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Okay, Leute. Weiter geht's. Da gehen direkt schon die nächsten legendären Startups auf. Let's go. Und wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir, oh mein Gott, bitte, dass wir hier noch einen legendären Brawler ziehen. Ja, ich sag mal so, so ein ganz krasser OG Leggy, so ein Leon oder so ein Crow, das wäre halt wirklich absolut geil. Aber, ne? Wir wollen ja nicht übertreiben. Wir haben schon einen. Damit bin ich ja grundsätzlich schon mal happy. Aber, ja, ihr wisst selbst, ein weiterer wäre jetzt auch nicht schlecht. Und der nächste legendäre Startup. Oh mein Gott. Schweinereiter Karl. Geil. Sehr nice. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Zack. Dann direkt der nächste hinterher. Edgar. Nice. Edgar auch schon ein paar Mal gezogen heute tatsächlich. Ja, der hat auf jeden Fall Bock. Nani direkt hinterher. Sehr geil. So, im vorletzten haben wir hier, ah, nochmal ein Skin für Barley. Das ist, also, den haben wir heute locker schon zehnmal gezogen oder so. Aber ist auf jeden Fall ein nicer Skin. Und 1000 Münzen. So, das sind dann Drops Nummer, keine Ahnung, 165, 180. Ich weiß es gar nicht. Jackie Hypercharge. Auch sehr nice. Hypercharge grundsätzlich. Natürlich ein sehr, sehr geiles Ding aus so einem Drop. Besser als Gold. Weil Hypercharge kostet 5000 Gold. Und nicht nur 1000. Entsprechend sehr geil. Shelly auch noch direkt hinterher. So, und jetzt noch ein Brawler vielleicht. Ah, noch ein Hypercharge. Bro. Hä? Das ist eigentlich echt lucky. Würde ich halt auf dem Account spielen. Was ich in dem Fall nicht mache. Aber gut. Alright. Und dann geht es auch schon rein in den nächsten Account. In die nächsten legendären Startups. Bro. Was geht ab? Sagen wir jetzt nicht fünfmal 1000. Nee. Hör auf. Bruder. Ich hatte schon Angst. Immerhin ein Skin. Ja gut. Aber dreimal 1000 Gold hintereinander ist halt auch... Oh mein Gott. Vier von fünf. Ist halt auch echt ärgerlich. Ich hoffe, wir haben jetzt hier auf dem Account etwas mehr lag. Der Boxer. Na. Der Atomico. Ich habe schon gedacht, der ganz normale Boxer. Hätte ja sein können. Let's go. Pearl. Sehr, sehr geil. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Drei Brawler haben wir. Drei Startups haben wir dann. Oh mein Gott. Was ist das? LOL Hank. Oh nice. Geil. Hank auch zum ersten Mal heute. Also wirklich richtig viel Epsches gezogen bis jetzt. Auch echt schon gut mythisch. Einen legendären. Ich glaube, ich sag, könnte es gar nicht laufen. Außer halt noch ein zweiter legendärer. Shelly PSG. Und die nächsten Star Drops auf dem nächsten Account. Oh, Ash Trash. Nicey. Nicey? Wann sage ich sowas? Das sage ich nun mal nicht. Ignoriert mich einfach. Maisy, Maisy. Nicey. Bruder, zwei Epsche hintereinander. Let's go. Direkt der Nächste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Das kann nicht wahr sein. Oh mein fucking Gott, Alter. Bro. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme ernst nicht drauf klar. Was passiert hier gerade? Zwei legendäre Brawler. Das ist so krank. Zwei epische und direkt dahinter ein legendärer. Jetzt noch einen Skin. Das ist das beste Opening bis jetzt. Das ist absolut geisteskrank. Noch ein krasser Skin. Wow. Guckt euch diesen Account jetzt mal an. 16 von 80 Brawler. Was geht denn hier eigentlich ab? Das ist doch absolut krank. Let's go. Oh mein Gott. Also den Schock muss ich erstmal verdauen. Der zweite legendäre. Let's go. Die Biene direkt hinterher. Der zweite legendäre Brawler. Ja, Junge, was soll ich sagen? Pam jetzt auch noch ein Skin, aber nee. Nee. Digga, das beginnt gerade genauso wie auf dem Account davor. Zwei epische und jetzt ein legendärer. Lol. Drei epische hintereinander. Was ist das für ein Lack gerade? Das kann nicht sein. Was ist... Hä? Was ist das für ein Lack? Drei epische. Und ein mythischer Brawler aus fünf Star Drops. Wir haben den fünften ja noch nicht mal geöffnet. Der geht auch noch auf und hier ist auch noch ein Mythischer. Das glaubt mir niemand. Das sind die besten Star Drops, die man jemals geöffnet hat. Fehlt eigentlich nur noch der legendäre Brawler oder so. Krank. Holy shit. Also das ist ja for real absolut geisteskrank, was ich hier für ein Lack gerade habe, Leute. Oh mein Gott. Erste legendäre. Gut, der zweite legendäre. Und jetzt einfach sowas. Und jetzt... Ja gut. Sowas muss dann auch mal sein. Einfach mal nichts ziehen. El Atomico, ja, bisschen Gold und jetzt nochmal Gold, predikte ich. Ja, und jetzt nochmal Gold. Das ist dann auch völlig fein, weil der vorige Account hat ja gerade... Nein! 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 Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das kann nicht wahr sein. Guckt euch das an. 17 Brawler. Der Digga schon wieder. Das kann nicht sein. Wie lucky sind wir, Leute? Oh mein Gott. Drei Legis. Krank. Also Leute, ich weiß echt nicht, ob wir das noch toppen können. Das ist ja so krank, was wir hier heute gezogen haben. Jungen, so viele legendäre Brawler. Das habe ich noch nie. Ich habe so Pech immer bei diesen legendären Star Drops. So geisteskrank. Und jetzt plötzlich lacken die aber alle so krank rein. Maisie, let's go. Nehmen wir natürlich auch mit. Digger, ich blick's. Ich raff's nicht. Das ist viel zu heftig. Skin für Sprout. Den haben wir fairerweise echt schon zehnmal gezogen oder so. Ja gut. Und jetzt noch der letzte legendäre Star Drop. Come on. Oder einfach zweimal Crow. Ich packe's nicht. Und die nächste Ladung. Junge, jetzt sind wir schon irgendwie bei 200. Ich weiß nicht. 220. Keine Ahnung. Ich schätze jetzt einfach mal ungefähr grob. Aber wir haben auf jeden Fall schon ungefähr zwei Drittel durch. Wenn ich mir die Accounts so angucke. Also ein bisschen was kommt noch. Und wir können potenziell echt noch was ziehen krank, ey. Aber absolut heftig. Ich bin jetzt schon heftig happy damit. Also das ist mehr als zufrieden. Mehr als zufrieden mit diesem Opening. Und der nächste Account. Und let's go Larry. Und Lori natürlich. Wir sehen nur Larry bei der Anlock-Animation. Aber klar. Ist ja ein Doppelpack. Let's go. Geiler Skin für Colt. Heizan. Sehr, sehr nice. Den feiere ich tatsächlich echt. Also einer der krassesten Colt-Skins. Let's go. Hypercharge für Shelly. Zusatzlauf. Und ja. Bärenpower. Und ja. Bärenpower 2. Hehe. Krass. Alrighty. Account Nummer 578. Ich weiß es nicht. Ne. So krass ist es auch nicht. Aber ey. Da haben wir auch 250 Gems drauf. Sehe ich gerade. Heftig. Let's go. Hypercharge. Nice. With Crow. Das ist schon wieder ein Zeichen. Da ist jetzt wieder ein legendärer drin. Wegen Crow einfach. Ups. Habe ich schon wieder irgendwas geglitcht hier? Moritz. Skin für Moritz. Moritz hatten wir wohl schon. Und noch ein Hypercharge. Bro. Das ist OP. Das ist richtig richtig gut. Und der letzte. Legendary. Auf dem Account. Keine Sorge. Es geht noch weiter. Willow. Oh mein Gott. Und. Abfahrt. Wir gehen rein. In den nächsten Account. Wir starten direkt mit Hypercharge für Max. Das ist auf jeden Fall völlig geil. Da kann man nicht meckern. Auf jeden Fall. Die 1000 Münzen. Die hätte man sich echt sparen können. Let's go. Es leckt wirklich krass. Dieser Shop immer. Ich weiß nicht. Ich habe echt ein gutes iPad eigentlich. Aber das ist krass. Ja. Weiß ich nicht. Ich einfach überladen. Hier mit den 333 Star Drops. Nochmal Hyperladung für Shelly. Und zu guter Letzt. Einmal Ends. Das war ein Voicecrack oder sowas. Keine Ahnung. Und die nächsten legendären Star Drops. sind hier im Shop. Superceller die. Ahorn Barley. So ungefähr. Meine ich ja. Zack. Der ganze Shop ist verbacken. Digga. Geisteskrank. Okay. Hyperladung für den Hype. Hype. Bär? Krass. Fehlt da nicht im Buchstabe? Und. Lol. Melody. Geil. Ah. Mandy. Melody. Digga. Ich verwechsel die beiden immer. Und Star Power. Und Abfahrt. Nein. Charlie. Ist das geil. Krank. Ey Leute. Ich schwöre es euch. Es ist so heftig. Es ist so geil. Es macht einfach. Es ist einfach satisfying. Diese Dinger zu öffnen ist einfach satisfying. Ich freue mich schon so hart wieder Megaboxen zu öffnen. Das wird gefühlt noch mehr satisfying, oder? Allein 10 verbleibende und so. Wenn das passiert. Ich flipp aus. Let's go. Hypercharged Bull. Und. Die nächsten legendären Startups. Nochmal der Fußball. Daryl Skin. Oder Maskottchen Daryl. So. Dann. Einmal ein weiterer Skin für den Boxer. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gezogen heute. Nächster legendärer. Einmal Nani. Nice. Sehr geil. Und. Zwei haben wir hier noch. Uh. Was ist das? Durrell. Törtchen Durrell. Und legendär. Nein. Hypercharged. Eine neue Art Brawler freizuschalten. Digga. Habe ich hier noch. Also wie lange habe ich denn hier nicht mehr gezockt? Auf dem Account freie ich mich gerade. Holy shit. Na gut. Daily Login ist auf jeden Fall am Start. Also ein paar Mal habe ich mich wohl eingeloggt. Gut. Wir schauen rein. Ja. Hypercharged. Next one. Wir gehen rein mit Gene. Let's go. Abfahrt. Sehr, sehr geil. Junge, 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 Junge. Wir lacken echt rein. Hä? Was ist das? Was da? Oh mein Gott. Zwei Mythische hintereinander? Hä? What's happening, Leute? Was geht ab? Never. Hypercharged hinterher von Max. Und. Ah, ich kann nicht so rumschreien. Ey, meine Stimme ist noch richtig am Arsch, Leute. Nochmal Hypercharge. Aber geiler Account. Sehr nice. Sehr, sehr coole 5 Drops. Also sorry schon mal, wenn das heute ein bisschen längeres Video wird, Leute. Aber, ey, es sind einfach geisteskrank viele Star Drops. Und die nimmt man mit. Das wäre ja saudumm, wenn ich die nicht aufmachen würde. Also, it's for real. Geisteskrank. Überlegt mal, was man hier alles für einen kranken Scheiß ziehen kann. Legendäre Brawler. Wir haben schon mehrere gezogen. Das ist absolut Weltrekordverdächtig. Krank. Let's go. Der Nita Skin. Nice. Gummibär Nita. Sehr cool. Feier ich. Und. Last one. Zack. Aha. So, jetzt kommen wir zu den letzten 50 legendären Star Drops, Leute. Ja, damit haben wir auf jeden Fall schon fast alle geöffnet. Aber, es fehlen noch ein paar. Und es könnte potenziell hier noch irgendwo sich ein legendärer Brawler verstecken. Wir gucken mal. Brock Hypercharge nehmen wir auf jeden Fall schon mal mit. Das ist ja schon mal geil. Zack. Nächster. Alter. Es leckt. Next one. Edgar Skin. Sehr cool. Nehmen wir auch mit. Und. Einmal eine Star Power für Pai Par. Und zu guter Letzt. Hm. Ein Skin für Bibi. Okay. Okay. Alright. Und der. Ja. Keine Ahnung. 100.000. Star Drop. Abfahrt. DJ Frank. Okay. Komm. Jetzt Legendary. 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 Oh. Der Toaster. Brot. Brot. Pearl. Leute. Ich muss wieder ins Bett. Ey. Ich merke schon. Mein Gehirn ist schon wieder Matsche. Ey. Nach diesen ganzen Star Drops. Aber wie gesagt. Ich bin noch nicht ganz fit. Drückt mir die Daumen. Dass das bald wieder der Fall ist. Sultan. Carl. Let's go. Und. Pistolera. Edgura. Hangen wir den nicht gerade? Und. Wir gehen in den nächsten Star Drop. Und jetzt wollte ich mal so ein Lifehack probieren. Was ist wenn ich jetzt vier Star Drops gleichzeitig drücke? Ganzes Game gecrashed gefühlt. Was passiert? Einer geht auf. Wir ziehen Grom. Nice one. Zack. Der zweite geht auf. Wir ziehen Sam. Nice one. Ah okay. Die anderen zwei haben nicht funktioniert. Also anscheinend funktionieren nur zwei gleichzeitig. Aber das klappt ja auf jeden Fall. Oh mein Gott. Charlie. Let's go. Oh mein Gott. Was geht? Geil. Und Abfahrt. Leute. Wir kommen so langsam zu den letzten. Boah. Ich dachte gerade schon wieder Crow. Ich dachte für einen Moment gerade Crow. Aber ne. Nur Colette. Ja. Freuen wir uns natürlich trotzdem. Nehmen wir mit. Ganz klare Sache. Maxkin. Nice. Maxkin Hermes. Und. Jetzt probieren wir drei gleichzeitig aufzumachen. Ne. Das klappt nicht. Es gehen nur zwei. Grom. Lol. Okay. Wir ziehen aber echt gut gerade. Gerade. Und. Star Paul. Und. Bell. Nice. Bell. Geiler Brawler. Sehr cool. Und Abfahrt Leute. Der Keksmeister. Die Keksmeisterin. Ich vergesse immer, dass sie weiblich ist. Und. Ah. Viking Bull. Ne. Geil. Weiter geht's. Und. Zombibi. Jetzt kenne ich die Skins mittlerweile schon auswendig. Aber man zieht echt sehr häufig dieselben. Habe ich so das Gefühl. Und. Nice. Janett. Bro. Also. Die lachen schon rein. Wie viele Brawler wir hier gerade ziehen. Ist schon heftig. Nice. Und die nächsten legendären Star Drops Leute. Eine Star Power für den Bockler. Eine Star Power für den Fragenkurs. Eine Star Power. Ne. Keine Star Power Skin. Für Ash. Karampus Ash. Nice. Und. Eine Star Power. Und. Eine Star Power. Toll. 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 Die nächsten legendären Star Drops. Oh. Nicer B-Skin. Sehr cool. Nekobi tatsächlich. Sehr geil. Zack. Da machen wir wieder zwei gleichzeitig auf. Weil wir es einfach können. Ganze Shopper am laggen. Hyper Charge für Max. Okay. Und. Nein. Ich kann das nicht mehr. Das kann nicht sein. Ne. Ich glaube es nicht. Digga. Das ist der dritte Crow. Ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt am Ende nochmal was ziehen. Ich habe es wirklich nicht gedacht. Wie viel Lack habe ich bitte, Leute? Und warum ziehe ich die ganze Zeit freaking Crow? Und jetzt noch Larry Lord. Bro. Das sind die Krä... Das ist so krass. Holy shit. Wir haben noch zwei. Bruder. Was geht denn hier ab auf diesem Account? Ja. Guckt es euch an. Da ist er. Neben Leon auch einfach Crow jetzt. Und jetzt der letzte Account. Tatsächlich der Pay2Win Account. Aber auch da. Ja. Es ist ja kein Verbrechen. Ne. Sich hier auch mal gratis Star Drops abzuholen. Let's go. Direkt ein Skin für Brock. Am Pay2Win Account. Super. Brock Dancer. Come on. Jetzt bitte ein Brawler. Bitte. Oh mein Gott. Let's go. Nice. Bell. Geiler Brawler. Könnte echt nicht besser sein. Also klar. Ein Legendärer wäre natürlich cooler. Wahl, Tour, Niete. Aber wir ziehen ja echt gut. Hauptsache kein Gold. Dann bin ich happy. Hauptsache kein Gold. Nächster Skin. Das ist doch krank. Das ist doch wirklich krank, Leute. Und? Und? Das war es. Okay. Leute, lasst unbedingt einen Daumen noch um dafür. Dieses heftige Opening. Lasst ein Abo da. CC Pukki eintragen, wenn ihr euch irgendwas im Shop kaufen wollt. Ehre. Support ist kein Mord. Und ciao.